Tag 51, das Ziel ist auf jeden Fall greifbar nah. Achte Woche Master Commander gilt nochmal nah. Und zwar heute möchte ich darauf eingehen, ist es denn wichtig, oder kann ich auch zweimal die Woche die Beine dementsprechend trainieren? Also wirklich außerplanmäßig, weil der Splitfahren gibt auf jeden Fall vor, einmal die Woche die Beine zu trainieren. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, haltet euch erstens an dem Plan, um einfach einen Beleg dafür zu haben, ob ich nach den 12 Wochen das eigentliche Ziel erreicht habe oder nicht. Ansonsten bringt es natürlich nichts. Zweiter Punkt, Intensität. Ihr solltet natürlich so trainieren, dass Muskelversagen nach dem Trainingssatz auf jeden Fall eingeleitet wurde. Das heißt, es geht keine Wiederholung mehr. Und das kann ich nur erreichen, indem ich wirklich den Muskel übermäßig trainiere, also wirklich einen überschwelligen Reiz ansetze und das einmal die Woche. Ansonsten zweimal die Woche führt auf jeden Fall am Ziel vorbei. Ich hoffe, das hat euch auf jeden Fall geholfen. Viel Erfolg bei eurem Trainings. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020